Ah, die Karibik, ein blühendes und wildes Land, meine neue Heimat, schön und voller Verheißungen. Neue Welt, neue Möglichkeiten, keine Grenzen. Meine Insel kann alles werden, was ich will. Doch im Moment ist sie nur ein bettelarmes Stück Land in Mitte des Meeres. Zeit, an die Armen zu gehen. Einmal Präsidente, immer Präsidente. Untertitelung des ZDF, 2020